Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Nintendo Switch Sport. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu meiner Hassdisziplin, Bowling. Ich hasse Bowling einfach wie die Pest bei diesem Spiel. So, wir spielen gleichzeitig, so wird es schneller gehen. So, Sunny, bist du bereit? Bin ich bereit? Nein. Oh, guck mal. Sogar mit so einem Pin. Was passiert, wenn ich genau auf das Ding werfe? Liegt es dann in den Himmel? Es würde mich interessieren, ob ich ihn in den Himmel werfen kann. Ich hasse diesen Drift, den ich wohl gar nicht mehr mache. Seht ihr nicht? Kerstin gerade werfe. Du wärst auch schlecht. Dann beruf. Aber uns. Ja, halt die Klappe. Genau gleich, wie du guckst. Noch. Oh. So spielen wir also. Okay. Ach, komm schon. Wie? Die Art kann ich auch mitspielen. Nein. Ja. Ich besiege mich beim Bowling. Das ist nicht möglich. Demütigung. Warte mal, du hast doch einen Achter Sperr am Anfang gehabt. Ja. Ich hab einen Siegner und hatte einen Punkt mehr. Ne, einen Neuner Sperr. Ich hab trotzdem einen Punkt mehr. Wie? Okay, hier ist kräftig werfen. Wahrscheinlich ist nur eine gute Option. Ich hab gewonnen. Verdammt. Ich gewinne beim Bowling. Du Lutscher. Oder war die Bahn andersrum. Was macht das da in der Hütte? Ich weiß. Wie das ich herausfinde. Ach, das ist wahrscheinlich so ein klitzekleiner Rubbel. Ich nutze den mal. Ja, das ist ein klitzekleiner Rubbel. Also der eine hätte jetzt aber auch umfallen können. Ach, komm schon. Ich hab's bei einer stehen. Ne? Ich hab jetzt lustig gefunden, hätte den von hinten auch irgendwie weggekickt. Ich bin trotzdem weit im Führung. Oh, jetzt ist da eine durchgehende Wand. Gut, da wär ich eh nie. Ich hab das Ding ganz knapp an der Seite getroffen. Applaus. Ich hab mir einen Rinden beigeworfen, ja? Ja, ich hab das Ding als Scheiße getroffen. Das hat dir jetzt einen Vorsprung gegeben. Juhu. Oh. Witzig. Wunderschön. Ja? Ich hab ihn sogar noch einen Moment anbauen. Ja! Nein! Gegen mich beim Bowling zu verlieren, ist eine Schande! Ja! Ich hab sogar einen Strike geworfen, im Gegensatz zu dir. Oh, jetzt wird interessant. Das wird kacke. Ich warte, bis die oben sind und dann werfe ich. Und er müsste... Ja, genau in dem Moment, wo der hinten ankommt, der weg sein. Ich will eigentlich zugehen, mal gucken, was passiert, wenn das Ding von dem Teil hochgeschlagen wird. Ah, ne eine. Wir haben auch beide acht getroffen. Nein, ich hab neun. Ach, ich bin immer noch in Führung. Oh, scheiße. Das, oh. Ganz kleine Bahn. Also wenigstens das hast du mal lokal speziell. Was? Ja, das, was wir hier gerade machen. Also, der ist ja auch nicht. Der ist ja auch nicht. Bin ich gut. Komm, wirf ins Loch. Ins Loch! Ja, oben. Mann! Das war doch nicht geplant. Ich bin jetzt eigener wie du. Er macht doch einen Unterschied bei 15. Oh, jetzt ist das Ding schnell. Kann man aber eigentlich trotzdem recht gut timen. Ja. Ich hasse diesen Drift immer. Oh, ich kacke. Aber das ist nicht. Kacke. Was soll ich sagen? Er hat einfach wieder diesen komischen Drift gemacht. Ich hasse das. Ich habe versucht, diesen Drift sogar schon einzuberechnen. Ich spüre mal vor, ne? Den hast du wunderbar versenkt. Eigentlich habe ich gewonnen. Der spüre normales. Oh, guck mal. Nee, nur das Boden. Das ist ein Spezialproblem. I hate my life. Ich kann aber nicht sagen, dass du den Boden gewinnt. Doch, kann. Nein. Doch, das ist nicht so. Nein. Ich muss nur uns schminken gewinnen. Das ist alles los, Seel. Das ist endlich gar nicht möglich. Doch, das siehst du noch. Ja. Ja, einmal, ja. Spielende. Wie? Ja. Stimmt wie? Und das On-Screen. Du weißt, dass es nicht unbedingt die beste Option ist, die du gerade machst, ne? Ja. Ich habe ihn mal hinbekommen. Danke. Ich habe einen mega Aufschlag hinbekommen. Ich ziehe sonst nie hin. Kommt. Kommt. Darum kümmere ich mich gleich. Bei mir ist ein Controller-Guard runtergefallen. Beide haben es versucht. At least they tried. Tschüss. Was wollt ihr? Die sind super Hausschläge, sind biest. Machst du echt auch Faketze wieder. Weil ich einen Hook gemacht habe. Den hätte ich durchlassen müssen. Hallo? Warum hat der den nicht getroffen, der durchs? Warum ging der denn hin? Nope. Hallo? Spring doch! Wir haben das Bild am Unterlässt. Der wird nicht immer ausgelandet bei mir. Der wird nicht immer ausgelandet bei mir. Der wird nicht immer ausgelandet bei mir. Gigi. Ja Leute, das waren diese zwei Sportarten für das Video. Ich habe ja nicht gedacht, dass das Bowling so kurz ist. Ne? Ja, wenn es euch gefallen hat, ab und ein Like da lassen, ne? Und wir sehen uns beim nächsten Part. Ihr wisst ja, dass ich den Sport versuche immer kurz zu halten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.